Ein herzliches Willkommen zurück bei einer neuen Folge Minecraft und wir sind gerade auf dem Weg zur Quirby. So, gucken wir mal rein hier. Ah, jetzt nimmt er alles. Sehr geil. Aber noch keine Dias. Habe ich Wasser einmal dabei? Ich glaube ich habe einen Wasser einmal dabei. Ah, da könnten wir mal unten die Lava ausknipsen. Wenn ich weh sagt. Und dann... Nö. Dann haben wir dann gleich Obsidian. Hätte hier auch was. Das ist schon ganz schön groß. Eigentlich hätte ich die mitnehmen können. Ja. Ja. Hm. Aber natürlich keine Baublöcke dabei. Auch wieder sehr clever. Setz mal den denn hin. Hier, wa? Da reicht doch bloß bis dahin. Äh, da, da, da. Gib mir mal... Fisch in Ehre. Fisch in Ehre. Ja. Ich will das bis davor haben. Okay. Das reicht doch nicht. Äh... Holen wir uns hier mal noch ein bisschen Zeug. Komm. Ich bitte bloß ein bisschen Ehre haben. Hm. No. Also. Je weiß nicht so. W In der peligt, wo Sie sind. das ist doch fast reichen weil da geht doch jetzt sowieso nicht deswegen weg ist es jetzt hier nicht jetzt so dass ich noch ein bisschen hier noch ein bisschen einsammeln so hier noch ein stück vorgehen sehr schön dass die seite dann machen wir so den spiel hier drüben und dann denke ich noch nie dann haben wir die lava weg wahrscheinlich noch mehr kommt auch noch keine diamanten gibt es gar nicht hat ja so eine riesen hitbox was haben wir jetzt eigentlich alles hier drin theorit schmeißt das nicht raus erde schmeißt auch nicht mehr raus was sollst du dir eigentlich hier drinnen haben Tonklumpen Schleimball Feuerstein Erde ist auch voll leer Bruchstein das soll da drin nicht liegen das verstehe ich nicht ist auch leer warum sind die leer man die sieht Kies Bruchstein muss ich jetzt nicht verstehe warum das nicht funktioniert muss man jetzt nicht verstehen ein bisschen Eisen mit ein bisschen Gold können wir auch mitnehmen müssen wir aber jetzt mal gucken wo wir Lava herkriegen dann geht ja es voll und den hier das ist recht viel ist hier eigentlich Bruchsteine drin oder warum was stimmt hier nicht hier geht nix rein hier blasen so viel Energie rein Trash ist das zu viel drin hier kein Filter drin ne warte da reißen wir den mal weg hier und dann verstopft er hier alles läuft das jetzt nicht wirklich und hier war es die Slapes nehmen wir auch mit rüber so bisschen Redstone haben wir drin das kommt jetzt erst ne Diorit haben wir das irgendwo drin hier Kies Angesitt Marbel Granit Reimstone Turmklumpen Schleimball ok Feuersteine Erde Hochstein das jetzt hier so funktioniert weiß ich einer nicht wir wollen uns doch einen Filter mit holen dass wir dann da das Diorit rauskriegen aber es verstopft uns hier komplett alles an die sieht 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 er das raus oder schmeißt er bloß rein man weiß es nicht wirklich ja ok ich werde mir noch so ein Filter mal das wird ja sonst nix aber erst mal mehr hell so dann achso kann ja so nicht funktionieren das raus muss doch einzeln reinlegen geht schneller so pass auf das Zeug wieder raus halt hier rein da rein den behalten wir mal den Filter brauche ich sogar noch Bruchstein Kies Marbel ok ja gut da gibt man den anderen her müsste der Dior sein ne ne ist der Große ok das müssen wir dann auch wahrscheinlich wieder ins die Hölle gehen dass wir noch ein bisschen Lava kriegen so da ist leer und hier wird das Zeug noch zu leer zack raus damit und da wieder rein genau ist brechend voll das sieht aus also Eisen glaube ich da können wir uns jetzt tot schmeißen damit da können wir uns glaube ich tot schmeißen halt den wollte ich noch und dann gehen wir noch zuerst mal was essen ich probiere doch noch ja glaube ich ja da eigentlich wollte ich ja die Bürgerproduktion mal anwerfen aber naja jetzt zwei, drei haben wir da noch welche äh äh Lava nee Tanks drei Stück haben wir noch können wir uns noch welche bauen das war doch hier irgendwo ne nee open blocks können sie sogar noch welche bauen sieht es nicht besser aus wenn wir da fässer fässer muss es doch schon gegeben haben warte mal nie ne bier fast nicht da werden wir kein Zeug reinschmeißen keine Lava nein da holen wir uns jetzt warte einmal habe ich So, wir haben hier unten auch noch welche. Und da. Ja, hat er die Treppe ausgebaut, sehr geil. So, Lava ist eigentlich in die Richtung da. Hier gibt es auch einen Lavasee, okay. Ja, aber in Lavasee ist das jetzt hier nicht unbedingt, ne? Was hat er denn hier gebaut? Hm, mein Weiß ist nicht. Geht das jetzt weg oder geht das jetzt nicht weg? Wupsi John, genau da will ich hin. Ah. Ah, mein Heer. Gucken, wie weit man kommt. Kann nicht so groß sein hier. Kann nicht so groß sein. Oh, da wird ein bisschen mehr wie es aussieht. Oh, der Maschine kommt hier. falsche Richtung. Egal. Ob sie John Kramer hier dann gleich wieder in der Forming Welt. Das ist was größeres. Das ist was größeres. Oh, wir haben auch ein bisschen was rauskriegen. Oh, wir haben auch ein bisschen was rauskriegen. Das muss man hier weiterkriegen. Das muss man hier alles wegkriegen von der Lauer. Genau so. Fasziniert mich bloß gerade die Reichweite von dem. Hm, kann man irgendwas zum Neid klatschen? Ja. Ich muss das mal von da oben holen. Ja, gerade so, dass es nicht... Jetzt... Vielleicht kriegen wir ja alles voll hier. Das hätte natürlich was. Mit Essen können wir schon ganz schön was anfangen jetzt im Moment. Ja, da komme ich nicht mehr ran von der Seite. Vielleicht noch einen zweiten Eimer mitnehmen sollen. Hätte was geklappt, glaube ich. Mhm. Na, sagen wir mal. Jetzt... Wenn da nix mehr ist, können wir da zumachen. Da ist auch nix mehr drunter und da können wir hier auch wegmachen. Okay. Da ist noch was. Also, wo wir da zumachen. Gucken wir hier nochmal. Okay. Dass ich da nicht reinfalle. Hier war, glaube ich, auch nix mehr. Okay. Oder machen wir hier auch noch zu. Okay. 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 Wenn da nix mehr kommt, dann können wir da auch wegnehmen. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass mich die Viecher in Ruhe lassen. Okay. 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 mal. 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 und reinfallen bin ich auch nicht das ist das dahinten weitergeht eigentlich dahinter gehen schau mal Puh.